Ja, hallo und willkommen hier zu einem neuen Infovideo zu Supremacy 1914. Ja, wir haben es den 1.10. und die ganzen Helden sind released. Die Geschichten, wie man an sie rankommt, sind released. Wir haben einige neue Infos und dazu habe ich mir gedacht, mache ich mal direkt nochmal ein zusammenfassendes Video in Ergänzung zu meinem letzten Video von vor zwei oder drei Tagen. Ja, ihr seht, schon im Hintergrund direkt, der Heldentresor ist da. Und wir sehen direkt unsere fünf angekündigten Helden. Wir sehen aber auch, dass es verschiedene Arten von Helden gibt. Also wir haben einmal eine blaue Umrandung, wir haben eine grüne Umrandung, wir haben eine goldene Umrandung und wir haben eine, ja, eine lilane Umrandung. Also sprich, es gibt verschiedene Stufen der Helden, was ich sehr cool finde. Also sprich, ich gehe mal davon aus, dass blau und grün so ziemlich die am häufigsten sind, also die man vielleicht auch leicht kriegt, die nicht so stark sind. Wenn wir hier mal auf die Sets gucken, da kommen wir auch gleich zu, sind die bei weitem nicht so stark wie jetzt zum Beispiel hier der Kandidat. Finde ich eine coole Sache, dass es da auch so ein paar Abstufungen gibt. Bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze dann natürlich umsetzt. Ich gehe jetzt einfach auch mal von aus, ohne das jetzt zu wissen, weil einfach ich noch keine Heldenmedaillen bekommen habe, wie wir aber an die kommen, da kommen wir gleich zu, dass auch da vielleicht das Leveln etwas unterschiedlich sein wird. Also dass vielleicht die beiden hier zu leveln mit der Zeit auch leichter wird, als den goldenen und den lilanen zu handeln. Also ich gehe jetzt da einfach mal zum Beispiel, dass lila einfach episch ist. Quasi gelb, Quatsch, grün und blau wird relativ normal sein. Und der goldene dann natürlich entsprechend seltener. Es ist halt nur die Frage, ob jetzt gold oder lila besser ist. Das wäre, denke ich mal, mit der Zeit wird sich das herausstellen. Beziehungsweise wenn wir jetzt gleich mal auf die Stats gucken. Ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Helden jetzt ins Spiel einfügen. Ich werde natürlich auch jetzt demnächst dann direkt eine Runde starten. Wir werden uns das Ganze angucken. Ich bin sogar gewillt, dann gleich ein bisschen was noch anderes zu machen. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Müssen wir jetzt einfach mal gucken. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen hier mit dem ersten Helden an. Den guten Henry, unser Infanterie-General. Wir sehen jetzt hier die ganzen Stats. Finde ich eine coole Sache. Wir sehen auf... Man muss halt bedenken, das ist hier alles Level 1. Man kann leider nicht umschalten. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne mal einfach mal ein bisschen durchgeblättert, wie sich die Stats mit der Zeit so verändern. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass auch der durchschnittliche Schaden, Trefferpunkt etc. mit der Zeit besser werden. Bietet sich natürlich an, beziehungsweise ist relativ logisch. Ja, wenn wir jetzt hier mal auf die Stats gucken, sehen wir gegen Infanterie ein 5er Angriff, 6er Verteidigung. Also das ist wie die Infanterie. Ähm, ansonsten die ganzen anderen Werte auch. Alles wie die Infanterie prinzipiell, also jetzt nicht so dramatisch. Wir sehen auch tägliche Kosten von 300 Fisch. Ähm, und wir sehen halt die ganzen Gelände-Effekte, wie wir sie auch kennen. Im befreundeten Gebiet minus 30 Prozent, im feindlichen Gebiet minus 65 Prozent. Also da geht es Henry genauso wie allen anderen Einheiten auch. Ähm, er verlangsamt sich auf anderen Gebieten. Und wir sehen es auch, er ist eine Defensiv-Einheit. Aber man muss wirklich sagen, in dem Fall der General auf Stufe 1 wirklich eine ganz normale Infanterie-Einheit, wenn du es so siehst. Ähm, kann natürlich dann, wenn er auf Level 5 freigeschalten ist, auch entsprechend, ähm... Ah, wir sehen jetzt hier Bonus. Dank der inspirierenden Anwesenheit dieses Helden erhöht sich der Angriff. Ah, okay, hier sehen wir die Boni. Das ist doch nochmal eine coole Sache. Auf Stufe 1 also gibt es nichts. Dann geht es mit 5 Prozent, 6, 7, 8 Prozent los. Äh, ja, eine coole Sache. Ähm, und hier sehen wir die Leibwache-Infanterie. Auf Stufe 1 gibt es drei Stück. Auf Stufe 3, 4. Und auf Stufe 5 dann 5. Ähm, finde ich cool, dass das so ein bisschen gestaffelt ist, gestuft ist. Nicht quasi von 3 auf 5 direkt in einer, in einem Schwung. Ähm, ja, ist eine coole Sache. Bin ich auch sehr gespannt. Also, aber ich denke mal auch, dass sich hier die Werte ändern würden. Also, das, da gehe ich jetzt einfach mal fest von aus. So, jetzt haben wir den Henry durch. Gehen wir einfach mal direkt zum Orhan. Hier sehen wir schon, er ist ein blauer General. Und auf jeden Fall schon mal deutlich stärker. Wir sehen es hier schon bei den durchschnittlichen Geschichten. Ähm, wenn wir jetzt hier auch mal direkt drauf gucken, sehen wir, dass der Bonus sich ausstaffelt. Es geht mit 10% los auf Stufe 1. Geht dann mit 13% auf Stufe 2 weiter. Und erreicht auf Stufe 5 dann 20% Verteidigungsbonus für unsere Panzerwagen in der Armee. Und hier sehen wir auch, dass wir hier erst den ersten Panzerwagen auf Stufe 3 dazu bekommen. Das finde ich schon wieder sehr interessant. Und auf Stufe 5 dann den zweiten. Ja, wenn wir jetzt hier die Schadenswerte angucken, sehen wir, Trefferpunkte sind wie die von einem Panzerwagen. Wir sehen, der Schaden ist ein kleines bisschen höher, der durchschnittliche Schaden. Ähm, weil einfach die Verteidigung hier ein kleines bisschen höher ist als der von Panzerwagen. Panzerwagen haben, glaube ich, 12 oder 15. Ah, ich würde sagen 12. Die sind, glaube ich... Ja, Kavalerie hat einen 15er Angriff. Ähm, Panzerwagen sind ein kleines bisschen schwächer. Entschuldigung, ich hatte wieder Nachtschicht, aber ich wollte das Video jetzt unbedingt machen. Ähm, wir sehen auch, dass auch gegen Luftverteidigung wieder wie beim Panzerwagen ein sehr hoher Defensivwert ist. Ja, und der ganze Rest ist dann halt einfach relativ abgemildert. Ähm, wir sehen hier tägliche Kosten von 200 Stahl und 400 Gas. Das ist natürlich auch sehr interessant. Ja, man muss halt sagen, die täglichen Kosten fallen jetzt nicht so sehr ins Gewicht. Und die Gelände-Effekte sind auch wieder dieselben wie überall anders auch. Ähm, ja, prinzipiell finde ich auch ihn hier eine coole Geschichte. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze hier einpegelt. So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Golden, na, äh, seltener ist als der Lila, ne? Also als episch. Und deswegen machen wir mit Vincent Albany einfach weiter. Den General kennen wir ja schon von der Beta-Karte. Ähm, wir sehen jetzt hier die Kriegsführung zu Pferd. Ähm, auch wieder gestaffelt. Stufe 1 10%, Stufe 4 15%, Stufe 5 20% Angriffsbonus auf all unsere Kavallerie-Einheiten. Wir sehen die Leibwache auf Stufe 1, keine auf Stufe 2, eine auf Stufe 4 und 5 dann jeweils zwei Kavallerie-Einheiten. Und wir sehen den Geschwindigkeitsbonus, dass der hier erst ab Stufe 3 freigeschalten wird. Äh, auch eine coole Sache. Und auf Stufe 5 haben wir dann 15%. Ähm, ja, finde ich ganz cool. Ähm, auch daher noch, erinnert euch ans letzte Video, dass die Generäle nicht gestackt werden können. Von daher, ähm, ist natürlich meine Idee, dass man halt einfach drei, vier Generäle zusammenpackt und dann eine übel schnelle Armee hat. Habt natürlich Beidruder recht gut direkt unterbunden. Ja, wir sehen jetzt hier die, äh, durchschnittlichen Trefferpunkte, beziehungsweise die Trefferpunkte und den durchschnittlichen Schaden, ähm, ist natürlich ein bisschen höher. Hat jetzt hier den Grund, dass natürlich der Angriffswert, Entschuldigung, der Angriffswert, ähm, natürlich auch wieder höher ist. Ein bisschen höher sogar als der von der Kavallerie auf Stufe 1. Und auch da bin ich weiterhin sehr gespannt, wie sich das mit den einzelnen Stufen verhält. Also ob der dann besser wird oder nicht. Ähm, ansonsten sehen wir hier noch, dass auch gegen Marine der General relativ stark ist. Das finde ich schon wieder interessant. Da bin ich, äh, sehr gespannt, wie sich das dann verhält. Also ich hoffe ja auch immer noch auf eine Marine-General. Äh, bin ich aber trotzdem gespannt, wie sich das dann einfach verhält. Ähm, ansonsten hier die täglichen Kosten wieder mit Fisch und, äh, Getreide. Ja, sind halt da, aber fallen jetzt nicht so wirklich ins Gewicht. Ähm, ja, ich denke mal, wenn man sie jetzt einsetzt, äh, wenn man ihn jetzt einsetzt, das, da, deswegen wird das Land nicht kollabieren. So, dann machen wir einfach mal weiter mit unserem Artillerie-General, den Bruchmüller, den guten George Bruchmüller. Ähm, wir sehen jetzt hier, die Artillerie-Salve wird ab Stufe 1 schon mit 10% verstärkt, ab Stufe 4 mit 15% und ab Stufe 5 mit 25%. Und 25% stärkerer 50er Arti-Stack oder 20er Arti-Stack, das macht schon enormen Unterschied. Ähm, ja, ansonsten hier die Bewegungsgeschwindigkeit wieder, die sich ab Stufe 2 erst einstellt, mit plus 10% dann auf 15% hochgeht und wir bei Stufe 4 mit 20% den Höchstwert erreichen. Und wir sehen jetzt hier, ab Stufe 3 gibt's eine Artillerie und ab Stufe 5 gibt's zwei Artillerie als Leibwache für unseren guten General. Ähm, ja, wir sehen jetzt hier, dass das Ganze eine Fernkampfeinheit, eine Landabwehreinheit und eine, äh, gegen Moraleinheit ist. Das finde ich auch zum Beispiel sehr interessant. Wir sehen die durchschnittlichen Schaden, die Trefferpunkte relativ gering. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier aber mal angucken, sehen wir natürlich die Artillerie-Werte, natürlich gegen Normal am stärksten, beziehungsweise gegen Marine auch noch relativ stark. Und Artillerie auf eine Provinz gerichtet, senkt natürlich auch die Moral, also auch da der Wert höher als bei Infanterie, sage ich jetzt einfach mal. Also prinzipiell eine gute Sache. Die täglichen Kosten belaufen sich auf 400 Holz und 400 Öl. Ja, und damit kommen wir auch direkt zu unserem letzten General, den guten Lorenz, ähm, der hier eine Leibwache von 10 Infanteristen ab Stufe 1 bekommt. Ab Stufe 2 15 und ab Stufe 4 dann 20. Ähm, dann finde ich das krass, ähm, wie hoch hier der Schadenswert einfach verstärkt wird. Also das hatte ich ja beim letzten Video schon gesagt gehabt, also dass wir hier ab Stufe 2 einfach 50% bekommen. Stufe 3 75, Stufe 400 und ab Stufe 5 150% auf Infanterie. Ähm, das macht dann halt wirklich einen Unterschied, das muss man halt wirklich sagen. Also 150% auf Infanterie macht halt gerade im, ähm, Early Game einen wirklichen Unterschied. Ähm, ja und dann die Bewegungsgeschwindigkeit ab Stufe 3 mit 10% und ab 4 mit 15 und ab Stufe 5 mit 20%. Natürlich auch wieder etwas verstärkt. Ähm, ansonsten sehen wir hier die Kampfwerte auch wieder höher als bei der normalen Infanterie. Ähm, 20er Angriff, 10er Verteidigung. Ansonsten sticht hier auch wieder der Marineangriff natürlich hier heraus und der Schaden gegen Provinzmoral und Gebäude ist hier auch relativ erhöht, wenn wir den Vergleich zur Infanterie ziehen. Also auch da auf jeden Fall, äh, der gute Lorenz eine gute Alternative. Ähm, die täglichen Kosten mit 200 Getreide, 500 Geld sind jetzt auch nicht so hoch, sodass man ihn eigentlich relativ gut, ja, einsetzen kann. Aber, zu guter Letzt wollen wir jetzt einfach nochmal drauf kommen, wie können wir jetzt an die Helden kommen und da sehen wir jetzt hier, ähm, einfach mal gehen wir hier rechts auf unsere Operation und da sehen wir jetzt hier die Operation Tapferkeit, die jetzt 5 Tage geht. Und hier können wir auf allen Karten, ähm, führen mit Mut und Schalte. Wir klären als Frontoffizier frei, du erhältst 10 Fortschrittspunkte in Operation pro eroberter Provinz. Auf einer beliebigen Karte verdiene genug Punkte, um Meinsteine zu erreichen und Belohnungen abzuholen. Und hier sehen wir es, dass wir, ähm, ab und zu immer diese Heldenmedaillen bekommen. Und mit diesen Heldenmedaillen können wir dann den guten General freischalten. Und man muss auch wirklich sagen, man bekommt hier auch gute Heldenmedaillen, also wenn wir das jetzt hier einfach mal sehen, ähm, dann ist das hier eine ganz coole Sache. Und ich denke, 450, äh, Punkte zu erreichen, das sind im Schnitt 45 Punkte, äh, 45 Provinzen, die da erobert werden müssen. Das ist auf jeden Fall machbar. Und dann sehen wir das bei Operation Trommelfeuer, äh, genau das gleiche nochmal. Hier ist allerdings der Unterschied, dass das Ganze zumindest auch schon, zum einen länger geht und zum anderen aber auch nur auf die 100er und 500er Karte begrenzt ist. Aber hier bekommen wir unseren Artillerie-General freigeschaltet, den guten Bruchmüller, ähm, aber auch hier muss man wirklich sagen, es ist schwieriger an die Medaillen ranzukommen, auf jeden Fall. Finde ich aber prinzipiell eine gute Sache, ähm, also es ist ein stärkerer General, dass man da schlechter rankommt, finde ich prinzipiell gut. Ähm, wir sehen es aber auch, dass auch hier das auf jeden Fall machbar ist und wenn man eine 500er Karte spielt, nimmt man ja auch relativ schnell relativ viele Provinzen ein. Also ich finde, ähm, das ist natürlich gut balanced, aber, ähm, natürlich ist das Ganze hier immer noch ein, eine Firma, die Geld verdienen möchte und, wie ihr seht es hier, es gibt ja auch Angebote aus dem Shop. Man kann hier natürlich auch seine Heldenmedaillen aus dem Shop erwerben, ich muss aber ehrlich sagen, das ist okay. Ähm, 20 Euro sind jetzt auch kein sehr hoher Preis, ich habe auch schon kurz überlegt, ob ich eventuell mir eins mal kaufe, einfach um die Helden relativ schnell freizuschalten, um sie für euch mal testen zu können. Ähm, muss ich ja noch überlegen, bin mir noch nicht ganz so sicher, ähm, aber ich denke, das ist okay. Ähm, also wenn man, wenn das hier mit den Operationen so bleibt, dass man die hier wirklich so bekommt und sich auch so erspielen kann und dann 5 Tagen 455, äh, Punkte hier zu erhalten, also 45 Provinzen einzunehmen, ist jetzt wirklich machbar. Ähm, hier unten bei Operation Trommelfeuer hat man ganze 20 Tage Zeit, also auch da, äh, gut, da muss man 200 Provinzen einnehmen, aber auch das ist, ist machbar, ähm, gerade auf 100er und 500er Karten, wenn man da 1, 2 spielt, ist das eigentlich, eigentlich machbar, also von daher finde ich, ist das relativ gut. Ich hoffe, dass Beidro das so beibehält, ähm, und dann bin ich auch da völlig, völlig fein mit, wenn es die auch zu kaufen gibt, das gehört irgendwo dazu, ähm, es ist natürlich hier eine Firma, die sich finanzieren will und, ja, damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, tschüss.